Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zurück zu der E-Bruppe in The Assignment mit Julie Kidman hier in der Hauptrolle von diesen DLCs Schnauze Katze. Wir wollen weitergehen. Ja, weiß nicht, was uns jetzt erwarten wird. War das gerade Joseph oder Sebastian? Ok, Sebastian war das. Komm schon. Da ist eine unsichtbare... Ok, hier haben wir eine Tür geöffnet. Und was ist da? Ist das jetzt eine Geheimtür? Das ist ein Rätsel, alles klar. Also, pass auf. Muss das hier... Muss ich das alles so anscheinen? Aha, alles klar. Ich muss das, glaube ich, so verschieben. So, dass es halt das richtige Zeichner gibt. Machen wir es mal so. Äh, nope. Nope. Ja, hm... Das müsste auf jeden Fall gedreht werden, oder? Damit ich hier das hier machen kann. Perf! Okay. Wofür sind dann die anderen da? Zur Ablenkung oder was? Okay. Was haben wir hier? Oh! Ein Eintrag! Wir haben andere Forschungsprogramme zu unserer Unterstützung abgestellt. STEM genießt absolute Priorität und steht über der Forschung anderer Abteilungen. Chemische und botanische Studien zielen nun darauf ab, die Subjekte auf die Verbindung vorzubereiten. Jetzt, da der Prototyp funktioniert, gehen alle Experimente weiter. Nach der STEM-Integration werden die Patienten umfassend befragt. Ihre Pathologien beeinflussen zwar ihre Erlebnisse, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sie erleben alle die gleiche Umgebung, die gleichen Ereignisse. Die Welt, in der sie leben, wird mit jedem Besucher größer. Das legt die Vermutung nahe, dass Teile des Bewusstseins der Nutzer im STEM zurückbleiben. Ja, das stimmt. Jeder, der an dieser Maschine angeschlossen ist, der bleibt immer ein Teil von seinem Bewusstsein zurück. Haben wir hier gerade gehört, gell? So, jetzt schauen wir mal. Sie lassen sich verwirren. Ich habe Sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich verstehe es nicht. Was passiert hier? Ruvik weiß, dass Sie hier sind. Er nährt sich von Ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective... Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Joseph zu töten. Wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen Sie stellen. Wie alle, wenn Sie erfahren, wonach Sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und Sie enttäuschen uns. Aha. Okay bei euch. Alles okay. Sebastian. Vielleicht können wir sie anheben, so dass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. What? Ja genau. Was? Okay. Bist du mich für dumm, Kidman? Ich kann den Kerl auch nicht töten, verdammt. Aber ich muss. Hab ich dich. Oh shit. Weit kannst du nicht sein. Du siehst mich nicht. Oh shit. Er hat mich wieder gesehen. Ja gut. Was machen wir jetzt gegen ihn? Ich hab keine Ahnung. Seht ihr mich hier da hinten dran? Ja, er sieht mich. Oh shit. Alter, warum ist das so schnell? Oh shit. Er kann drinnen. Nein, er kriegt mich. Nein, du kriegst mich nicht. Geh weg. Was liegt da bitte auf dem Tisch? So, jetzt verstecken wir uns wieder. Komm. Jetzt kannst du nicht sein. Cool. Klar. Joseph. Irgendwie krieg ich dich. Ich krieg dich. Nein! Jetzt drück ich den falschen Knopf. Oh, wie dumm. Ärgerlich. Okay, warten wir bis er kurz weg geht. Äh. Ja. Ohhhh. Alles klar. Das hat aber ein bisschen weh getan, oder? Joseph? Warum hast du wieder deine Waffe? Nein, das bin ich nicht. Komm bitte nicht hier hin. Okay. Verrückter. Mistkerl. No. Scheiße. Da bist wir. Ah, fick. Wahnsinniger Mistkerl. War der nackst? Ja. Komm, geh doch da durch. Das war cool. Kann ich das nochmal aktivieren? Wahrscheinlich nicht. Jetzt warten wir mal bis er kommt. Er müsste kommen. Und dann kriegen wir ihn. Alter. Alter. Also, so wie ich es verstehe. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, gerade drüber zu reden. Hat Kidman noch eine zweite Welt in ihrem Kopf. Sozusagen eine Schutzwelt. Zeig dich verdammt. Zeig dich verdammt. Halt doch's Maul. Zeig dich verdammt. Zeig dich verdammt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt da. Los. Zeig dich. Komm und töte mich, wenn du kannst. Ja, genau. Jetzt muss er genau in die Richtung gehen. Oh. War das knapp. Du kleiner Mistkerl. Oh. Oh. Kleiner Mistkerl. Ja, sag mal. Hallo? Was denn wahnsinniger. Oh. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Hör auf zu schießen. Okay, jetzt warten wir, bis er herkommt. Jetzt warten wir, bis er kommt und dann kann ich die... Was ist so? Ist er gerade gerannt? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Da bist du ja. Komm schon, ich bin hier. Ja, komm doch einfach her. Wenn er gleich da ist, aktiviere ich die scheiß Maschine und dann kriegt er einen. Wird er betäubt. Perfekt. Wie oft denn aber noch? Ja. Das war er bestimmt nicht. Warum zwingt ihr mich dazu? Das war er bestimmt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es war. Verdammt, Joseph. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Gibt es Taten, für die sie sich schämen? Wo sind wir jetzt? Ey, das ist ja echt eine Achterbahn. Man hat einfach keine Ahnung. Boah, okay. Wo sind... What? Also, Freunde, das wird langsam echt ein bisschen verwirrend. Man springt von einer Ebene... Das Haus. Nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich verstehe das nicht. Also, wie gesagt, das ist echt eine Achterbahn. Man springt ja von einer Ebene zur anderen Ebene. Du weißt einfach nicht, welche Ebene jetzt gerade irgendwie mehr oder weniger real ist. In was, was für einer Ebene man sich befindet, was man da für Auswirkungen hat, wo Sebastian oder Joseph ist, was die erleben. Ich habe keine Ahnung, das ist echt ein bisschen verwirrend. Okay, weiter geht's. Machen wir mal. What? Der schaukelt auch jemand. Blut. Mama saß in ihrem Schaukelstuhl und schlug die Zeit bis zum nächsten Gottesdienst tot. Sie hat so wenig Zeit mit uns verbracht. Ich frage mich, warum sie überhaupt Kinder hatte. Alter. Puppenköpfe im Käfig. Okay, lesen wir mal. Aufnahme 13. Herr Schiffmann, bitte erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Nächste Frage. Nein, wir haben dieses Gespräch schon zu lange hinausgezögert. Es ist wichtig, damit wir Sie besser verstehen. Sie haben sich nie um mich gekümmert. Es ging immer nur um Ihre Kirche. War aber eher eine Sekte. Es war wie eine Strafe. Nichts, was ich getan habe, war gut genug für Sie. Wurden Sie misshandelt? Nein. Eher ignoriert. Als ich abgehauen bin, war Ihnen das egal. Sie haben nicht mal nach mir gesucht. Und Sie wollten nie zu Ihnen zurück? Doch. Ein paar Jahre später. Sie waren fort. Alle waren fort. Es war, als wäre die ganze Stadt umgezogen. Ich hätte etwas empfinden sollen. Habe ich aber nicht. Und wie denken Sie jetzt darüber? Immer noch so. Sollen Sie doch verraten. Aber es ist eigenartig. Es gab eine Statue in der Stadt. Ein Engel, der das Gesicht in die Hände gelegt hatte. Als ich klein war, dachte ich immer, er sei traurig. Jetzt glaube ich eher, dass selbst die Statue wusste, wie erbärmlich das Leben dort war. Ein schrecklicher Ort. Krass. War das Kidman's Vergangenheit? Wurde sie von ihren Eltern nicht geliebt? Ist sie deswegen zum Mobius geraten? Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah, wir sind hier auf dem Marktplatz. Ja, genau. Hier sind wir mit Sebastian und Joseph durchgelaufen. Und hier konnte ich nicht rein. Ich wollte hier immer rein. Ich glaube, ich bin hier nicht reingekommen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Shit. Mit Sebastian bin ich da lang. Lass uns mal da lang laufen. Ich will gucken, was es da so gibt. Das kann sie nicht öffnen. Dass es hier nichts gibt. Ich kann das gar nicht glauben. Leslie! Leslie! Halt! What? Die Statue ist weg. Nachts schaute ich auf die Statue, mitten in der Stadt. Sie schienen um das vergeudete Leben an diesem Ort zu trauern. Oh! Sehr gut. Wieder ein Code. Jetzt lass uns mal gucken, ob wir was finden. Das müssen wir hier wieder aktivieren. Na super. Das ist schon wieder dieses dumme Rätsel, was ich überhaupt nicht... Was ich nicht kann. So. 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 Ha! Profispieler, Mann. Was wollt ihr? Brieffragment Nummer 7. Ja, ich habe es locker geschafft. Das war kein Problem für mich. Nein, da geht es nicht weiter. Ich muss auf jeden Fall irgendwas mit der Statue machen, da. Da ist noch ein Licht. Ist es normal, dass es blinkt? Pass mal auf. Ja, du sollst nochmal drehen. Wie jetzt? Ja, richtig. Alles klar. Aber was bringt das? Gehen wir mal zu diesem blinkenden Licht dort hinten. Man sieht einfach nichts, Leute. Wenn es euch zu dunkel ist, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Teil meiner Vergangenheit. Stem erschafft das. Du bist schuld. Wer ist immer hergekommen, alles klar. Ist ja selber kaum was. Mein Gott, es ist dunkel. Scheinwerfer. Habt ihr das gehört? Ich habe es genau gehört. Da war irgendwas sehr ekliges. Dann setzen wir das Ding ab. Aber hier ist es kaputt. Hier können wir es nicht absetzen dann. Geil. Dann stelle ich mich da hin und Schein es von hier aus sagen. Ja. Die Tür habe ich mit Joseph gar nicht gesehen. Sehr mysteriös. Hallo. Leslie. Oh fuck. Gleich in Säcke. Hier müsste auch irgendwo dieser verdammte Hund sein, oder nicht? Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Wir erschaffen diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause. Aber nun ist dieser Ort hier bei uns. krank? Oh, was ist das denn? Eine Maske, alter. Hm. Noch so ein Leichensack. Flucht, ja. Lass uns da dann gehen. Hat das alles... Ne. Oh, da ist ein Speicherport. Platz. Bammelt ja einer. Alter. Erstmal drauf treten. Will sie gar nicht. Doch. Bam. Und auf den auch. Der schaukelt nicht so stark. So. Alles... Ey, über diese dummen Zeichen. Lass uns mal hinsetzen. Mal kurz abspeichern hier. Miau. Dumme Katze. So. Ja. Alles klar. An dieser Stelle einen kleinen Gruß. An einen Zuschauer. An den Kevin. Du weißt, dass... Dass ich dich meine. Kleiner Bob. Sagst ja, gell. Kevin. Pass bloß auf. Es geht weiter. Es geht weiter.